Herr Prof. Schmidt, Herr Prof. Jackisch, das AGO State of the Art Meeting 2021 hat virtuell stattgefunden und ich würde mit Ihnen gerne darüber reden, was beim metastasierten Brustkrebs bezüglich Chemotherapie und zielgerichteten Therapien, was es Neues gab und was die AGO auch beschlossen hat. Herr Prof. Schmidt, nehmen wir doch zuerst mal das triple negative Mammakarzinom, also wo es keine Hormonrezeptoren und auch keine HER2-Neurezeptoren gibt. Sehr gerne. Beim triple negative Mammakarzinom ist ja glücklicherweise viel Bewegung mittlerweile und in den letzten Jahren gewesen und das war sicherlich auch ein Thema, das wir in extenso und kontrovers diskutiert haben bei unserer Entscheidungsfindung für die Kommissionsempfehlung. Was sich getan hat, ist, dass zum Beispiel, was ja schon länger zugelassen ist, das Atezolizumab in Kombination mit NAP-Pactetaxel wurde einer Studie auf dem letzten Esmo gezeigt, die das Atezolizumab mit Pactetaxel, auch einem dem gebräuchlicheren Taxan, wenn man so möchte, kombiniert hatte und da war zur Überraschung aller Beteiligten kein Effekt rausgekommen. Das haben wir ausgedehnt diskutiert. Was könnten Gründe sein, warum sich dieser dotische Effekt, der auch zur Zulassung in Kombination mit NAP-Pactetaxel geführt hat, in Kombination mit Pactetaxel weggefallen ist? Liegt das daran, dass man beim Pactetaxel in niedriger Dosis Cortison geben muss? Liegt das einfach am Zufall letzten Endes, auch wenn das zwei sehr große Phase-3-Studien waren? Schlussendlich bleiben wir bei der Kombination Atezolizumab plus NAP-Pactetaxel mit einem Plus. Da ist die Evidenz ganz klar und das ist die Therapie der Wahl, wenn man so will, bei den triple-negativen Patienten, sofern sie einen positiven PD-L1-Status aufweisen. Das muss man als kleines Kaviat sicherlich noch dazu sagen. Etwa 40-45 % aller Patienten, die triple-negativ sind, haben auch einen PD-L1-Status, den man als positiv letzten Endes bezeichnen kann. Und das sind die Patienten, die wir guten Gewissens und mit guter Evidenz therapieren mit NAP-Pactetaxel in Atezolizumab. Pactetaxel in Atezolizumab haben wir mit einem klaren Minus bewertet, weil das war eine eindeutig negative Studie gewesen. Was jetzt gewissermaßen in den Startblöchern beim triple-negativen Mammakarzinom mit einem positiven PD-L1-Status steht, ist das Pemprolizumab. Da besteht in Amerika, liegt da schon eine Zulassung vor, beim fortgeschrittenen PD-L1-positiven, triple-negativen Mammakarzinom in Kombination mit Chemotherapien. Die hatten das nicht so eng gefasst, also das könnte man tatsächlich mit Pactetaxel, mit NAP-Pactetaxel, aber auch mit Carboplatin, Gemcitabine kombinieren. Wir hatten es noch etwas verhalten mit Plus-Minus bewertet, einfach weil in Europa noch keine Zulassung vorliegt. Zweiter Punkt, jetzt jenseits der Checkpoint-Inhibitoren, der sich beim triple-negativen Mammakarzinom sehr deutlich positioniert hat, sind Daten, die auch im letzten Jahr auf dem ESMO bereits vorgestellt worden war, zu einem Medikament, das ein absoluter Zungenbrecher ist, Sazituzumab-Guvitecan, was mir immer wieder alle Konzentrationen abverlangt, um das unfallfrei auszusprechen. Das ist aber ein hochinteressantes Medikament. Das ist, wenn man so will, ein Antibody-Drug-Conjugate, das an Antikörper, ähnlich wie das Prinzip vom TDM1, das ist ja auch ein Antikörper, dann gegen HER2, an dem Zytostaticum gekoppelt ist. Und bei diesem Sazituzumab-Guvitecan ist es ähnlich, da ist ein Antikörper gegen Drop2, das ist ein Merkmal, das auf den allermeisten Adenokarzinomen, also auch auf den allermeisten Mammakarzinomen ausgebildet wird. Und an diesem Antikörper ist gewissermaßen wie Münchhausen auf der Kugel ein sehr starkes Zytostaticum gekoppelt. Und das ist eine Therapie, die offensichtlich sehr effektiv beim Triple-Negativen Mammakarzinom ist, ist in Amerika zugelassen, in Europa ist es noch nicht zugelassen, aber das ist schon eine Substanz, speziell bei Vorbehandelten, das waren tatsächlich in den Studien sehr ausgedehnt Vorbehandelte, Triple-Negative Patienten gewesen, sicherlich eine Substanz, auf die wir zu Recht große Hoffnung setzen können. Das war letztendlich erst mal das Wesentliche zum Triple-Negativen Mammakarzinom. Was sich nicht geändert hatte, ist bei den Triple-Negativen Mammakarzinomen, die eben nicht diese PD-L1-Positivität in der ersten Linie haben. Da denke ich, ist immer noch die Kombination Pactetaxel oder Capacitabina und Bevacizumab eine effektive Therapie, wenn man eine möglichst schnellere Emission für die Patientin erreichen möchte und gewissermaßen noch als kleines Adnex, Triple-Negativen, die ja auch gar nicht so selten positiv sind für eine Bracker-Mutation, für eine Bracker-Keimbahn-Mutation. Auch da sehen wir bei unseren Empfehlungen bei den Bar-Benevitoren sehr deutlich, dass das ein absoluter Standard ist bei Patienten mit einer Keimbahn-Mutation in Bracker, dass man dann Olaparib oder Talazoparib, die beide ja zugelassen sind, auch oft eingesetzt werden, den Patienten guten Gewissens anbieten kann. Das wäre jetzt so das, was sich aus meiner Sicht beim Triple-Negativen Mammakarzinom in erster Linie geändert hat. Also Sie sehen viel Bewegung, viel Bewegung in die richtige Richtung, viel Bewegung in die richtige Richtung dahingehend, dass wir für unsere Patienten effektivere Therapien anbieten können. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Interessant ist natürlich, in welcher Reihenfolge man das macht. Dazu wird es ein extra Videointerview geben mit dem Algorithmus. Vielleicht können Sie aber trotzdem nachher noch mal so beide kurz zusammenfassen, was das Wichtigste jetzt für das Metastasierte ist. Herr Professor Jackisch, das beim HER2-positiven Mammakarzinom hat sich ja auch sehr viel getan in der metastasierten Situation. Erzählen Sie uns doch bitte, was gab es Neues und was hat die AGO dazu entschieden? Ja, liebe Renate, liebe Frau Heidinger, ich finde es ganz hervorragend, dass wir im Zeitalter der zweidimensionalen Kommunikation auch die Möglichkeit haben, die Interviewreihen mit Brustkrebs Deutschland weiterzuführen. Es ist ein wichtiges Thema und Professor Schmidt hat ja schon sehr eindrücklich klargemacht und aufgezeigt, dass viel Bewegung in diesen Themen ist. Und aus Sicht der Patienten ist es immer schwierig einzuordnen, ob das Neue auch immer gleich benutzt werden soll oder ob wir gerade bei der Behandlung des metastasierten Mammakarzinoms versuchen, die neuen Substanzen an die Position zu setzen, wo wir glauben, wo sie am wirkungsvollsten eingesetzt sind. Denn gerade beim HER2-positiven Mammakarzinom haben wir sowohl in der adjuvanten Situation als auch in der metastasierten Situation gelernt, dass wir diese Erkrankung sehr gut behandeln können, zum Teil Überlebensvorteile bekommen und die wollen wir jetzt nicht wie ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen, nur weil ein, zwei neue Substanzen aufgetreten sind. Das ist uns ganz besonders wichtig und ein Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen darf. Die Strategieplanung bei der Behandlung eines metastasierten Brustkrebses ist wie eine Denksportaufgabe. Natürlich wissen wir, dass eine Vielzahl der Enttäuschungen vorliegen. Es ist eine adjuvante Behandlung gemacht worden und es tritt jetzt doch eine Metastasierung auf, dieses sollte uns alle motivieren, das mit dem gleichen Elan zu machen, wie wir eine adjuvanten Therapie geplant haben. Dazu gehört erst mal die histologische Sicherung der Metastase. Ein ganz wichtiger Punkt, das ist Professor Schmidt und mir sehr wichtig, dass, wenn immer es möglich ist, eine Metastase histologisch re-biopsiert wird, um Arzt zu wissen, ist es eine Metastase und zu gucken, wie sich das Gesicht zum Beispiel beim Herz-Fanol-positiven Karzinom geändert hat. Ist die Metastase weiterhin Herz-Fanol-positiv, ja oder nein? Und wenn man diese Ergebnisse hat, dann haben wir beim Herz-Fanol-positiven Mama-Karzinom einfach eine klare Hierarchie. Wir haben zwei Antikörper, das ist das Trastuzumab und es ist das Pertuzumab und aus der gleichen Technologie, die eben von Professor Schmidt genannt wurde, der Münchhausen auf der Kugel oder das Trojanische Pferd mit einer neuen Chemotherapie, haben wir mit dem Anti-Drug-Conjugate TdM1 eine ganz nagelneue Technologie, um sehr smart Chemotherapie in eine Herz-Fanol-positive Brustkrebszelle zu bekommen. Und diese Reihenfolge hat sich eigentlich wenig geändert. Wir haben neue Substanzen dazu bekommen und wir haben auch, und das ist uns sehr wichtig, natürlich Karzinome, die Trippel-positiv sind, die Herz-Fanol-positiv sind, die Östrolin- und oder Progesteron-Rezeptor-positiv sind und das sind zum Beispiel Patientinnen, die solche Karzinome haben, bei denen kann man auch darüber nachdenken, die Anti-Herz-Fanol-Therapie mit einer antihormonellen Therapie zu kombinieren, um einfach mal diesen Fuß vom Gas zu nehmen und hier eine Chemotherapiepause einzusetzen. Und dann muss ich natürlich wissen, welche Vorerkrankungen und welche Toxizitäten haben die Patienten nach der ersten Therapie und dann gleich meine Therapie an. Es gibt ebenso rein oral verfügbare Therapien, die man einsetzen kann und es gibt neue Substanzen und diese neuen Substanzen sind ebenfalls durch Studien aus den letzten Jahren auf den Markt gekommen. Ganz vorne steht für uns das Tukatinib, das ist eine oral verfügbare Therapie mit Trastuzumab, die man auch Subkutan geben kann und einem oral verfügbaren Medikament im Kapazitabine und hat dort eine von uns mit einem Doppelplus bewertete, sehr hohe Therapieoption bei Frauen, bei denen eine Behandlungsnotwendigkeit nach diesem TDM1 entsteht. Also auch hier ist eine extrem den Lebensgewohnheiten und der Lebensqualität adaptiven Therapie ein neuer Weg gegeben worden und vor allen Dingen auch für Patienten, die eine Hirnmetastasierung entwickelt haben, was ja leider das Trippellegative und das Herzverneu-positive Karzinom wieder vereint, dass hier genau dieses Problem entsteht. Und neben der Strahlentherapie, die häufig bei der Hirnmetastasierung sinnvollerweise eingesetzt wird, muss man sich überlegen, wie man dann außerhalb des Gehirns oder auch die Gehirnmetastasen sinnvoll behandeln kann. Und da haben wir mit dem Tukatinib in der gerade genannten Therapieform sehr gute Ergebnisse gesehen und eine deutliche Verbesserung des Überlebens bei Patienten mit Hirnmetastase. Das ist für mich zum Beispiel einer der ganz wesentlichen Highlights, wenn diese Substanz jetzt hier in Deutschland verfügbar ist. Aber nichtdestotrotz haben wir auch mit dem Neratinib einem auch wieder oral verfügbaren Medikament, was etwas anders an der Zelle ansetzt, auf der inneren Seite des Herzverneurezeptors, Kombinationsmöglichkeiten mit einer oral verfügbaren Chemotherapie, dem Capacitabin, ebenfalls von uns mit einem Plus bewertet worden. Und so gibt es eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, die in der metastasierten Situation beim Herzhorn oder positiven Mammakarzinom sinnvoll sind, die wenig additive Toxizitäten haben. Und da muss man natürlich auch die Herzleistungsfähigkeit sich weiter angucken. Und damit kann man die Behandlung sehr, sehr gut weiterführen. Und die Chemotherapie würden wir immer wieder dann mit einsetzen, wenn sozusagen die Kugel, auf der Münchhausen durch die Tumorzellen reist, eine Erneuerung braucht. Also immer wieder neue Kombinationen und damit das Karzinomwachstum herauszufordern und es zu überraschen. Und das ist die große Kunst in der Behandlung des metastasierten Mammakarzinoms, die Nebenwirkungen zu reduzieren, die Lebensqualität zu halten, aber auch trotzdem Symptome und Beschwerden zu lindern. Denn dadurch treten ja fast alle Metastasen in Erscheinung, dass sie irgendwelche Einschränkungen machen und dauerhafte Beschwerden machen, die man dann auch abklären soll. Also von daher, glaube ich, haben wir in unserem Kapitel, was sehr häufig und viel diskutiert wurde, neue Wege aufzeigen können, die dann zu diesen Algorithmen, die in einer extra Arbeitsgruppe zusammengetragen wurden, damit wir verstehen, was wir an Neuigkeiten haben. Es ist also im Grunde genommen wie ein GPS-System, ein Navigationssystem, dass man sich bei der Vielzahl dieser Behandlungsmöglichkeiten schlicht und einfach nicht verfährt. Und das ist das, was ich ganz kurz dazu schildern wollte und würde mich freuen, wenn Renate Heiliger noch die eine oder andere Frage dazu hat. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, ich finde es verwirrend und ich glaube, das geht vielen so, was so alles in letzter Zeit neu aufgekommen ist und dann eben immer zu wissen, was, wann, wie. Und da auch die Frage, kann man denn die Anti-HR2-Therapie auch komplett ohne Chemotherapie machen? Renate, du sprichst mir aus dem Herzen, das kann man. Und zwar ist es ja so, bei der metastasierten Situation, das ist eben das Schöne beim Herz von neu positiven Mamakarzinom, der Münchhausen oder der Flugzeugträger oder welches Bild man immer wieder sehen möchte, ist die Chemotherapie. Und wenn wir dort eine gute Remission erreicht haben, dann kann man die duale Blockade zum Beispiel per Tuzumab und Trastuzumab geben über Jahre. Und ich glaube, sowohl in Mainz beim Professor Schmidt als auch bei mir hier in Offenbach sind Patienten, die die Therapie seit zehn oder zwölf Jahren bekommen. Und da gibt es etwas Neues. Man kann diese Therapie heute auch, das ist gerade seit einem Monat zugelassen in Deutschland, Subkutan geben. Das heißt also, in einer Spritze ist alles drin, was ich brauche, das kann man fünf bis acht Minuten Subkutan injizieren und ist in einer kurzen Zeit, nämlich unter einer Stunde wieder zu Hause. Das ist eine immense Verbesserung der Möglichkeiten. Wir sind gerade dabei, das unseren Patienten anzubieten und haben eine sehr, sehr hohe Akzeptanzrate, dass gerade bei einer zehnjährigen Therapie, wenn man das mal überlegt, dann so wenig Zeit in den Praxen verbringen muss. Das ist eine tolle Entwicklung. Also man kann ja schon merken, ich bin sehr positiv gestimmt, wie die Zukunft aussieht, aber setzen müssen wir natürlich unsere ganze Arbeitskraft und Überlegung in die adjuvante Situation, um die Metaplasierung wirklich zu vermeiden. Das ist klar. Wäre es denn auch denkbar, dass Patientinnen die subkutane Applikation selbst machen können? Also wenn ich da spontan darauf antworten darf, dann gucke ich mir immer gerne die Millionen Diabetikerinnen und Diabetiker an, die sich tagtäglich ihre Injektionen selber geben oder Automaten mittlerweile haben, die auch zum Teil ihren Blutzucker selber messen und die Insulindosis darauf einstellen. Ich wüsste nicht, was bei den onkologischen Präparaten schlimmer ist. Wir bewegen uns zu dieser Flexibilität hin. Das haben wir, glaube ich, unter den aktuellen viralen Verhältnissen weltweit gemerkt, dass wir Flexibilität anbieten müssen. Wenn wir die Möglichkeiten haben, sollten wir versuchen, sie zu nutzen. Das klingt wunderbar. Wie schaut es denn an Sie beide bei diesen ganzen neuen Therapien mit Nebenwirkungen aus? Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille und das müssen wir natürlich immer und besprechen wir auch immer mit den Patientinnen. Es gibt leider keine wirksame Therapie, die so ganz ohne Nebenwirkungen ist. Ich denke, wenn es so in der Onkologie oder in Behandlung von Patientinnen mit fortgeschrittenem Mammakarzinom so eine gewisse Kunst gibt, dann ist es immer diese Waage regelmäßig mit der Patientin aufzubauen. Auf der einen Seite liegt der Waagschale ist, wie verträgt die Therapeuti-Therapie? Die soll natürlich möglichst schlecht vertragen. Auf der anderen genauso wichtigen Seite der Waagschale liegt, wie verträgt die Patientin in der Therapie. Die soll sie möglichst gut vertragen. Das muss man versuchen auszubalancieren und das gelingt glücklicherweise auch bei den allermeisten Patienten. Und natürlich gibt es Nebenwirkungen. Das ist überhaupt keine Frage. Zum Beispiel aus der Perspektive des Triple-Negativen Mammakarzinoms, müssen wir, wenn wir solche Checkpoint-Inhibitoren einsetzen, bei einer PTL1-Positivität, müssen wir uns vom Wirkungsmechanismus vorstellen, was machen diese Checkpoint-Inhibitoren. Und die Wirkung wird vor allen Dingen dadurch vorgegeben, dass sie die Bremse, die wir alle im Immunsystem eingebaut haben, lösen. Warum haben wir eine Bremse im Immunsystem? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn wir diese Bremse im Immunsystem nicht hätten, hätten wir alle letztendlich autoimmune Erkrankungen. Und das ist, weiß Gott, nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das heißt, wenn das Immunsystem hoch reguliert wird, muss es auch sehr fein gleichzeitig wieder gegen und runter reguliert werden. Und Nebenwirkungen, zum Beispiel bei den Checkpoint-Inhibitoren, die die Bremse eben löst, können sein, dass das Immunsystem dann gegen körpereigene Organe vorgeht. Die häufigste Nebenwirkung ist die Hypothyreose, das Antikörper letzten Endes gegen die Funktion der Schilddrüse auftreten. Das ist, wenn man ehrlich ist, fast noch die harmloseste Nebenwirkung, weil das kann man medikamentös mit Ersatz von Schilddrüsen und Hormonen ganz gut regeln. Aber es gibt auch andere Nebenwirkungen, die dann unangenehm sein können, wie solche Art von Lungenentzündungen oder Darmentzündungen, eine Colitis. Also das muss man einfach auf dem Radar haben. Und da haben wir jetzt, seitdem wir auch in der gynäkologischen Onkologie mehr und mehr die Checkpoint-Inhibitoren einsetzen, haben wir natürlich extrem viel Nachholbedarf im Vergleich zu den internistischen Kolleginnen und Kollegen gehabt. Aber ich denke, mittlerweile sind wir zumindest in den großen Zentren schon durchaus fit auf dem Gebiet von der Therapie von Autoimmunphänomenen, die therapieinduziert auftreten können. Bei der Chemotherapie, klar, dann sind das die altbekannten Nebenwirkungen, die natürlich auch durchaus unangenehm sein können, wo wir mit supportiven Therapien gegensteuern können. Also es ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass Nebenwirkungen in der Behandlung des fortgeschrittenen Mammakarzinoms auftreten können. Und unser Job, wenn man so will, ist es, die Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten und dadurch eben den sogenannten therapeutischen Index, also dieses Verhältnis aus Wirkung, was ja erwünscht ist, und Nebenwirkungen, was ja logischerweise nicht gewünscht ist, so positiv für die Patientin zu gestalten, wie es eben möglich ist. Und das geht nur, indem man sich Zeit nimmt, aus meiner Sicht zumindest, und sich regelmäßig mit den Patienten zusammensetzt und überlegt und bespricht, was ist etwaig an Nebenwirkungen aufgetreten, wie können wir gegensteuern. Ja, vielen Dank. Professor Jackisch, zu den Anti-HR2-Therapien da noch irgendwas hinzuzufügen, sind das sehr andere Nebenwirkungen, die da auftreten? In Ergänzung zu dem, was Professor Schmidt gerade gesagt hat, ist ein einziger Punkt aus meiner Sicht vielleicht noch zu ergänzen. Die Spezifität der Substanzen, das gilt genauso für die Anti-HR2-Neu-Therapie, wird natürlich von Langzeitverträglichkeiten gesteuert. Und es wird immer wieder Patienten geben, bei denen diese Therapien aufgrund von subjektiven Nebenwirkungen nicht weitergeführt werden können. Und gerade im Bereich des Triple-Negativen Karzinoms und dieser Checkpoint-Inbitoren muss man wirklich mit Fingerspitzengefühl gucken, ob diese Therapie zu dem gewünschten Effekt führt. Die Anti-HR2-Neusubstanzen sind eigentlich vergleichsweise nebenwirkungsarm und gut verträglich anders, würden sich ja Therapieformen, die Dekaden überspannen sind, gar nicht geben. Also das ist wirklich ein faszinierendes Feld, was wir in den letzten 10, 15 Jahren für unsere Patienten verbessern konnten. Ja, ich muss auch sagen, also gerade das Herzweil-Positive, was ja als das aggressivste galt und vor vielen, vielen Jahren und wo jeder sagte, oh Gott, wie soll man das überhaupt in den Griff bekommen? Das hat sich ja komplett gewandelt. Ja, aber vielleicht noch ein Aspekt für deine oder eure Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir in Deutschland weiterhin diese ganzen neuen Aspekte, die entstehen ja nicht, weil UPS uns ein Paket nach Hause schickt, sondern es sind ja Ergebnisse von internationalen und nationalen großen Studien. Meine Bitte an die Patientinnen, bedenken Sie, wenn Sie sich erkundigen nach Therapien, ob Sie an Therapiestudien teilnehmen können, in denen heute die Medikamente für morgen klinisch erprobt werden. Es sind in Deutschland, kann ich sagen, fast ausnahmslos alles sehr gute Studien. Wir sind heilfroh, wenn wir mit unseren Internetzwerken diese neuen Substanzen nach Deutschland bekommen können und das, was wir so weit erfolgreich machen, wenn auch die Studienbeinnahme in Deutschland nicht bei Behandlung des metastasierten Brustkreis weiter positiv entwickelt und es ist dabei vor allen Dingen auch, und das ist nochmal wieder für deine Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, auch um die patientenbezogenen Outcome-Daten. Es geht nicht nur immer um, ist die Therapie besser, sondern wie ist die Lebensqualität, welche Nebenwirkungen treten auf und diesen Mehrwert können wir nur gemeinsam stemmen und gemeinsam erheben und ich weiß, dass Brustkreis Deutschland da sehr aktiv ist und dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen beiden für dieses wunderbare Interview. Bis demnächst. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Tag. Danke. Absolut.